Eigentlich so ein lustiges Handwerker, Scherzlied, ob der Säu näht der Schneider, wie näht der Schneider, er näht die ganze Woche, verdient ein Gulden mit einem Loch. Wie näht der Schneider, er näht und näht und näht und verdient sich die Krankheit anstatt Brot. Aber dieses Lied hat dann eine Bedeutung bekommen in der Bewegung für den 10-Stunden-Tag und erzählt dann eben über den Streik. Vor einem Jahr, wenn wir heute nicht mehr dran denken, da haben wir gearbeitet von 8 Uhr früh bis 8 Uhr abends. Aber die Struktur, der Streik hat gemacht, wir arbeiten nicht mehr von 8 bis 8 Uhr. Die letzte Strophe ist dann die Drohung an die Streikbrecher und wer arbeitet von 7 bis 9, dem schlägt man die Scheiben ein. Den Wolf könnt ihr wieder mitsingen, zeigt sich gut zum Mitsingen. Ob der Säu näht der Schneider, ob der Säu näht der Dorf, ob der Säu näht der Schneider, ob der Säu näht der Dorf, er näht und näht der ganze Woche, verdient ein Gulden mit einem Loch. Ob der Säu näht der Schneider, ob der Säu näht der Dorf, Pfarrer ja nicht heimt gedacht, um mir gearbeit acht bis acht. Und da soll ich nicht der Schneider, und da soll ich nicht der Knopf. Aber die Struktur hat gemacht, wir arbeiten schon nicht acht bis acht. Und da soll ich nicht der Schneider, und da soll ich nicht der Schneider, und da soll ich nicht der Knopf. Und da weit sind bis neun, schlugt man in die Schäume ein. Und da soll ich nicht der Schneider, und da soll ich nicht der Knopf. Und da soll ich nicht der Schneider, und da soll ich nicht der Knopf.